Hallo, herzlich willkommen Leute zu dem ersten Video zum Bestband DLC und ich musste einfach aufnehmen, guck mal wer in der Lobby ist, Jar, Star Wars Battlefield Updates, ich bin zusammen mit ihnen in einer Lobby, Griffel und ich wollten es beide zusammen schaffen, doch er ist leider noch nicht da, jetzt habe ich es alleine geschafft, immerhin habe ich es geschafft. Und es ist mega geil mit ihm zusammen in der Lobby zu sein und ja, ich denke einfach mal, das ist ganz witzig, auch mal zu sehen für euch. Und ja, wie gesagt, Best bin hier am Start und ist einfach bis jetzt mega krass, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Also einfach krank mit dem zusammen zu spielen, ey, ohne Scheiß, Leute, es ist einfach... Und dann möchte ich mal... Er ist... Mega geil drauf und Star Wars Player, allein das reicht schon. Also, ich werde euch den Kanal unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf jeden Fall eine Riesenempfehlung, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ja, das Video wird es nicht so lange, weil ich euch einfach mal einen kleinen Einblick zeigen wollte, bis dann das erste Video kommt mit Griffe und mir zusammen. Und ja, ich werde euch nur zeigen, dass ich das geschafft habe, mit dem Jard zusammen zu spielen. Aber ich würde, dass ich da nicht die Granate, einfach die Rakete rein. Und ja, war es auch schon wieder für dieses Video. Später wird das erste Video kommen. Ähm, ich verabschiede mich. Ich bin auf drei, bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Ich bin auf drei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.